Yo, Leute, als nächstes haben wir hier für euch, exklusiv für unser Snippet-Tape, Twisted, LS Represente. Zwölf Bars, exklusiv für Snippet, denn Micah Rippet, der Ranke von Twisted, der Sleepwalker gewidmet. Und an die Heads, die auf diesem Sampler vertreten sind, weil sie zum Versprechtermin ins Studio gebeten sind. Nur die Besten der Besten aus Hamburg City, Produzenten und MCs, die brennen. Is you with me? Ihr wisst, die Scheibe darf in keiner Kisse fehlen, real Rap-Shit, weil jeder dieser Gruppen zeigt, was echt ist. Jeder Einzelne für seine Track meinen Respekt kriegt, wir stehen für Qualität mit niemandem zu verwechseln. Wer Vorhang fällt, habt ihr die Platte schon bestellt? Keine Frage, denn hier wird dir was geboten für dein Geld.